Mein zu großes Ego hat mir gesagt, dass ich dieses Bild von Pinterest im Handumdrehen selber malen kann und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist absolut nicht die Wahrheit, weil ich habe das Ganze dann so schön rosa gemacht und das Zwischenergebnis hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen ist dann nur ein kleiner Mond dazugekommen und die Wölkchen und die Wiese und die Blumen, aber dann auf einmal habe ich es komplett hässlich gefunden und alles weggemacht. Dann war es auf einmal pink, das Bild, da habe ich gar nicht mehr gewusst, wohin mit mir, habe deswegen erst einmal eine große Blume gemacht und dann eine kleine. Und jetzt ist es sogar nicht das, was ich eigentlich haben wollte, aber ich finde, das Bild hat trotzdem den Platz am Klo verdient.